Also A ist V durch T, das ist die Formel. A steht für Beschleunigung, Acceleration, Delta V Geschwindigkeitsunterschied, Delta T Zeitunterschied. Ich mache das Beispiel, die Ampel ist hier rot und dann werde ich schnell und versuche mit meinem Rad möglichst schnell zu werden. Das heißt, ich starte zur Zeit 0, hier habe ich so Zeit 0, Geschwindigkeit 0 und habe dann zum Zeitpunkt 3 Sekunden die Geschwindigkeit von 6 Meter pro Sekunde. Das heißt also hier der Zeitunterschied, Delta T wäre 3 Sekunden und der Geschwindigkeitsunterschied von 0 auf 6 wäre Delta V gleich 6 Meter pro Sekunde und die Beschleunigung ist dann in dem Fall A gleich 6 Meter pro Sekunde durch 3 Sekunden, also 2. Die Einheit Meter durch Sekunde Quadrat wegen dem Doppelbruch und das bleibt auch so, da gibt es nichts wie Newton oder Joule oder so, das ist die Einheit der Beschleunigung. Jetzt mache ich noch ein zweites Beispiel und zwar, hier ein bisschen alles wieder radieren, genau, um das Delta mal zu erklären. Ich kann nämlich auch die Beschleunigung mir anschauen zwischen Sekunde 1 und Sekunde 3, das heißt also hier ist jetzt das Delta T gleich 2 Sekunden und dann ändert sich die Geschwindigkeit von 2 auf 6, das heißt hier ist Delta V gleich 4 Meter pro Sekunde und es kommt wieder genau das gleiche raus. Also das ist immer so passend, also hier ist dann A, 4 durch 2 ist auch wieder A ist 2 Meter durch Sekunde Quadrat, das heißt die Beschleunigung ist im Zeitgeschwindigkeitsdiagramm, ist das die altbekannte Steigung. Also in Mathe hätte ich ja gehabt, so wenn man sich so zurückerinnert, so hier Mathe, 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 da habe ich ja Y ist M, X plus T und dieses M, die Steigung war doch Delta Y, doch Delta X und hier habe ich X und hier habe ich Y und genau das gleiche habe ich jetzt hier in Physik nur mit anderen Buchstaben, also Steigung gleich Beschleunigung.